Ihr seid noch nicht in den Genuss von Pokémon Kristall gekommen? Dann ist dieses Gewinnspiel für euch das Richtige. In Zusammenarbeit mit Nintendo verlose ich nämlich zweimal die Box-Version von Pokémon Kristall. Wie nehmt ihr am Gewinnspiel teil? Abonniert den Kanal hier, liked dieses Video und beantwortet die folgende Frage in den Kommentaren. Welches Pokémon würdet ihr euch aus Pokémon Kristall in die siebte Generation rüber tauschen und warum? Mit ein wenig Glück könnte Pokémon Kristall schon bald euch gehören. Der Einsendeschluss ist übrigens der 24.02.2018. Alle Informationen zu den Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels finden sich ausdrücklich in der Beschreibung. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gewinnspiel meine Freunde des Pokémon Universums, aber jetzt bin ich erstmal weg und sah bis denne, Servus und Ciao! Untertitelung des ZDF, 2020